Fluchthilfe bezeichnet die Hilfe zur Flucht beispielsweise aus einem Gefängnis oder aus einem Land in ein anderes Land. Formen der Fluchthilfe Gängig für die Fluchtunterstützung aus dem Dritten Reich ist auch die Bezeichnung Judenretter. Im Kalten Krieg gewann die Fluchthilfe erneut an Bedeutung. Sie ermöglichte den irregulären Grenzübertritt von der DDR in die BRD. Die Fluchthelfer werden negativ wertend als Schleser, Schlepper oder Menschenschmuggler bezeichnet. Heute haben wir eine komplexe Überlagerung von verschiedenen Ausprägungen der Fluchthilfe vorliegen. Die klare Unterscheidung der Fluchthilfe in eine humanitäre, kommerzielle und kriminelle Ausprägung lässt sich nicht widerspruchsfrei aufrecht erhalten. Welchen Anteil soziale, ethische oder finanzielle Motive bei der Tätigkeit der Fluchthilfe spielen, lässt sich nur konkret im jeweiligen Einzelfall herausfinden. Einer humanitären Linie der Fluchthilfe lässt sich auch das im Jahr 2014 gegründete transnationale Netzwerk Watch the Met Alarm Fund zu rechnen. Das Netzwerk bestehend aus Freiwilligen aus Europa und Nordafrika hat eine Telefonhotline für Flüchtlinge in Senod eingerichtet. Aufgrund der dort eingehenden Norrufe leiten die Aktivistinnen und Aktivisten des Netzwerks die Senodrettung ein. Geschichte der Fluchthilfe Im Alten Testament wandelte sich das Gottesbild Jahwes vom Fluchthelfer über den Kriegsgott zum Gott der Weltherrschaft und des Weltfriedens. Der israelitische Auszug aus Ägypten unter Führung von Moses beschrieben im Buch Exodus ist eine der bekanntesten Fluchthilfeüberlieferungen. Bis in die Neuzeit inspirierte das Fluchthelfer. So nannte sich Harriet Tubman Moses und die jüdische Haganer benannte ihr Fluchtschiff. Die Press in Warfield in Exodus 1947 um. Der babylonische Kodex Hammurabi sah für die Fluchthilfe von Sklaven die Todesstrafe vor. Underground Railroad Hauptartikel Die Underground Railroad war ein Ausgegnern der Sklaverei auch vielen religiösen Weißen wie Baptisten, Quackern und Methodisten. Bestehendes informelles Netzwerk das Sklaven auf der Flucht aus den Südstaaten der USA nach Norden, b. in das sicherere Kanada Unterstützung gewährte. Mit geheimen Routen, Schutzhäusern, Fluchthelfern und geheimer Kommunikation gelang es den Abolitionisten, zwischen 1800 und 1850 etwa 100.000 Sklaven zu befreien. Die Ursprünge gehen zurück auf einzelne Flüchtlinge, die sich zunächst selbstständig bis nach Kanada durchschlugen. Um 1830 wurde für diese Form der Fluchtlinien der Begriff Underground Railroad geläufig. Harriet Tubman, Thomas Geret und Levi Coffin waren treibende Kräfte in dem Netzwerk. Während des Zweiten Weltkrieges suchten in Deutschland und in besetzten Gebieten viele Flüchtlinge, denen Tod oder Gefängnis drohte, die Dienste von Fluchthelfern. Bekannt wurde der Sankt-Gala-Polizeikommandant Paul Gröninger, weil er mehrere hundert, vielleicht einige tausend jüdische Flüchtlinge ins Land einreisen ließ. Er wurde abgesetzt und gerichtlich verurteilt, verlor seine Pension und fand bis ans Lebensende 1971 keine geregelte Arbeit mehr. Andere Fluchthelfer sind ins KZ eingeliefert, zu Gefängnisstrafen verurteilt oder nachts erschossen worden. Die in der Schweiz verurteilten Fluchthelfer werden dank eines neuen Gesetzes seit 2003 rehabilitiert. Herbert Herden und weitere werden heute wegen ihrer Hilfsaktionen für Juden zu den Gerechten unter den Völkern gerechnet. Der bekannte Film Casablanca handelt von Personen, die durch einen Fluchthelfer dem NS-nahen Vichy-Regime zu entgehen versuchen. Eine wichtige Rolle spielte in Frankreich auch das Emergency Rescue Committee. Fluchthelfer innerhalb des Nazi-Machtbereichs wurden häufig Judenhelfer oder Judenretter genannt. Ihre Tat galt dort als quasi nach den neuen Machtverhältnissen strafbare Judenbegünstigung. Viele jüdische Einwohner Deutschlands oder von Deutschland besetzter Länder gingen nicht zu einem Zeitpunkt in die Immigration, zu dem das von den neuen Machthabern noch gestattet wurde. Zum Teil lag das auch an den Aufnahmebedingungen der fremden Länder, zum anderen an der Hoffnung im Heimatland nicht am Leben bedroht zu sein. Mit Erlass von Ausreiseverboten durch die nationalsozialistische Regierung schloss sich das Heimatland wie eine Mausefalle zu. In Deutschland war das 1941. Die Bürger waren im eigenen Land nicht sicher und konnten es wiederum nur illegal und unter Lebensgefahr für sich und TVTL-Helfende verlassen. Daher entschieden sich eine große Zahl von jüdischen Einwohnern als sogenanntes U-Boot in die Illegalität im eigenen Land abzutauchen. Sie wollten damit immerhin das Risiko des Grenzübertritts vermeiden. In aller Regel waren sie dabei auf die Unterstützung vieler Helfer, sehr oft Personen, die sie vorher nicht kennen und einschätzen lernen konnten, angewiesen. Alle sonstigen Merkmale der Fluchthilfe außer dem Grenzübertritt trafen auf diese Situation zu. Aliyah Bet 1934 zu 1948 Hauptartikel Als die Briten die Einwanderung der Juden nach Palästina in den 1930er Jahren erschwerten, reagierten zonistische Gruppen mit der organisierten illegalen Migration. 1939 sah David Ben-Gurin dies dann als einzige Option um Palästina zu erreichen und es wurde die offizielle Organisation Mosadli Aliyah Bet geschaffen. Ab 1944 bildete sich unter den traumatisierten jüdischen Displaced-Person in Osteuropa die Untergrund- und Fluchtbewegung Brisha heraus, die illegale Fluchtwege nach Palästina aufbaute. Nach dem Pogrom von Kjelze am 4. Juli 1946 schwoll die Brisha zu einer Massenflucht nach Westeuropa an und begann mit dem Mossadli Aliyah Bet und der Haganer zusammenzuarbeiten. Viele osteuropäische Flüchtlinge kamen zunächst in vom UNRRA betreuten Lagern für Displaced-Person im amerikanisch besetzten Deutschland unter. Von dort versuchten sie sich mit weiteren Holocaust-Überlebenden und der Unterstützung des Mossadli Aliyah Bet und der Finanzierung durch die Jewish Agency und des Joint Distribution Committee über Mittelmeerhefen und den Seeweg nach Palästina durchzuschlagen. Die Ehefahrt der Exodus 1947 führte über internationalen Druck, zu einer Änderung der britischen Einwanderungspolitik und letztendlich zur Gründung des Staates Israel. Hauptartikel Der faschistische kroatische Franziskaner Priester Kronoslav Draganovic begann 1943 zusammen mit dem österreichischen Bischof Alois Hudal, Fluchtrouten für die U-Star aufzubauen. Mit Hilfe der katholischen Kirche konnten auf diesen Fluchtlinien zahlreiche Vertreter des Nationalsozialismus und der U-Star vor der juristischen Verfolgung ihrer Straftaten nach Südamerika oder in die arabische Welt fliehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt die Fluchthilfe aus der DDR in die Bundesrepublik dort als ehrenwerte Handlung, auch wenn recht hohe Bezahlung angenommen wurde. Die Bewertung der Fluchthilfe hängt stark von der Bewertung der Fluchtgründe einerseits der Motive des Helfers andererseits ab. Oftmals brechen die Helfer Aktivgesetze sowohl des Fluchtlandes als auch des Ziellandes. Bei Fluchthilfeaktionen aus der DDR betraten die Helfer teilweise bewaffnet ein militärisch gesichertes Gebiet. Vereinzelt kam es auch zu Schusswechseln, bei denen die Propaganda in Ost und West jeweils die Gegenseite als Verursacher beschuldigte. Bekannt wurde der Fall des Fluchthelfers Rudolf Müller, der den Soldaten der Grenztruppen der DDR Reinhold Huhn erschoss, und der Fluchthelfer Michael Gartenschläger, der bei einer Aktion gegen die DDR-Grenzanlagen von einem Spezialkommando erschossen wurde. Harry Seidel, ein früherer DDR-Radsportmeister, wurde für seine Fluchthilfe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auf den Fluchthelfer Wolfgang Welch verübte das Ministerium für Staatssicherheit mehrere Mordanschläge, mithilfe einer Autobombe, eines Scharfschützen und mit Gift. In der Bundesrepublik war die Anzeige von Fluchthilfe bei Dienststellen der DDR strafbar, etwa als politische Verdächtigung oder Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft. Umgekehrt war in der DDR die Nichtanzeige eines geplanten, ungesetzlichen Grenzübertritts in einem schweren Fall strafbar. In den Anfangsjahren der deutschen Teilung wurden mehrere Fluchttunnel in Berlin gegraben, darunter die Tunnel 29 und 57 mit Ausgangspunkt in der Bernauer Straße. Die Tunnelbauer handelten oft aus ideellen Beweggründen oder um Angehörige aus der DDR zu holen. Insgesamt war die Fluchthilfe in der Zeit direkt nach dem Mauerbau meist spontan. Die Fluchthelfer kamen aus allen Schichten der Gesellschaft. Edward Weiss hat die Rolle von Korps-Studenten bei der Fluchthilfe der Gruppe Fuchs in West-Berlin aufgearbeitet. Mit der fortgesetzten Weiterentwicklung der Grenzanlagen und der Überwachung in der DDR wurde auch die Fluchthilfe professioneller und kommerzialisierte sich. Dadurch brachen die früheren Fluchthilfegruppen auseinander. Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland unterstützte die Fluchthilfe in den Anfangsjahren, wenn auch verdeckt. Dazu nutzte das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen Mitglieder der Parteien. Der Verfassungsschutz warnte Fluchthelfer, wenn sie durch die Staatssicherheit der DDR entdeckt wurden, und stellte Kontakte unter den Fluchthilfegruppen her. Wie zahlreiche weniger Bekannte hat sich 1961 auch Heinrich Böll, deutscher Schriftsteller und späterer Nobelpreisträger, als privater Fluchthelfer betätigt, indem er mit seinem präparierten Privatauto Slavi Mentlova, die Ehefrau seines Mitarbeiters Herbert Thomas Mandl, aus Ostrawa in den Westen schmuggelte. Schleuser im Migrationsregime Hauptartikel Seit 1990 hat sich eine begriffliche Verschiebung von Fluchthelfern zu Schleuser oder Schlepper vollzogen. Der Begriff kann zum Beispiel im Zusammenhang mit Schleusungskriminalität eine abwertende Nebenbedeutung haben. Daneben wird beispielsweise bei Helfern für in ihrem Herkunftsland Verfolgte noch immer die Bezeichnung Fluchthelfer verwendet. Als Schlepper oder auch Schleuser werden Menschen bezeichnet, die andere gegen Bezahlung und unter Umgehung gesetzlicher Einreisebeschränkungen in andere Staaten verbringen. Die Geschleppten sind häufig Personen, die ihr Herkunftsland aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen verlassen wollen. Neben Gelegenheitsschleppern gibt es auch professionell agierende Schlepper. In der medialen Berichterstattung wird die Fluchthilfe durch Schleuser oft der organisierten Kriminalität zugerechnet. Schleuser werden dabei als Banden beschrieben, die hohe Preise für ihre Dienste kassieren und ihnen ausgelieferte Menschen skrupellos in Lebensgefahr bringen. Nicht selten werden sie auch mit Menschenhandel und Trafficking in Verbindung gebracht. Die im Jahre 2007 publizierte Studie Menschenschmuggel wendet sich gegen die verbreitete These, Das große, pyramidenförmig hierarchisch strukturierte mafiöse Organisationen das Geschäft dominieren und diese nicht nur im Bereich illegaler Migration, sondern auch im Drogen- und Waffenhandel wie im Prostitutionsgeschäft tätig seien. Stattdessen sei davon auszugehen, dass es sich bei der Fluchthilfe um eine Vielzahl dezentral organisierter Netzwerke der Migration handelt, die mitunter von Migrierenden selbst aufgebaut und aufrecht erhalten werden. Die schwankende Begriffsverwendung zwischen Fluchthilfe und Schleusertum und deren stark divergierenden Konnotationen lassen darauf schließen, dass die Bewertung von der Beihilfe zum irregulären Grenzübertritt abhängig ist von jeweiligen politisch-historischen Gegebenheiten. Aus rechtlicher Sicht ist der Begriff Schleuser im 96 des Aufenthaltsgesetzes von Deutschland geregelt. Schleuser ist, wer einen anderen dazu anstiftet oder ihm dabei Hilfe leistet, unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen oder sich hier aufzuhalten, und wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Als gewerblich gilt es, wenn man sich dafür bezahlen lässt, wiederholt handelt oder mehrere Personen gleichzeitig schleust, und wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Das Aufenthaltsgesetz ist Teil des Zuwanderungsgesetzes. Im Sommer 2015 forderten Aktivisten Auslandsurlauber zur Fluchthilfe auf, indem sie einzelne Flüchtlinge im Privatauto mit nach Deutschland bringen sollten. Die Medien berichteten in diesem Zusammenhang über vereinzelte Festnahmen von Autofahrern, die dies versuchten. Liste bekannter Fluchthelfer Lisa Fitko Varian Frey Wolfgang Fuchs Reinhard Furrer Gilmann Gruppe Paul Grüninger Volker G. Heinz Hasso Herschel Hartmut Horst Hans-Ulrich Lenzlinger Harry Seidel Harriet Tappmann Burkhard Feigl Siehe auch Menschenschmuggel Schlepperei Einschleusung Illegale Einwanderung Filme Wait for Freedom Dokumentarfilm über Dutch Paris Fluchtnetzwerk von Dick Verkick 1967 auf YouTube Und Jesus Fels Haben Sie Vielen Dank.